Was ist das? Das ist ein scheiß Haus! Irgendwo bin ich ja froh, das ist sowas noch... Hey, ich will den auch befreien! Das sieht interessant aus, was auch immer das ist! Ach komm schon! So, ja, wie geht's euch denn da drin? Nichts weiter? Ach, du bist der einzige, der über... Du bist rot? Ja, du bist unsterblich! Kein Ding! Okay, was sagt der Bogen? Der Bogen ist nicht so toll. Hm, können wir das aufschlagen? Anscheinend konnten wir das nur aufmachen. Also konnten die da nur retten. Bogen? Toller Bogen? Oder nicht so toll? Na... Äh... Sagt das Journal irgendetwas? Da war ja grad irgendwie, dass das... Warga Guardian. Elite Warga. Okay, die sind... gehören zu den besten Trupps. Aber irgendwie haben wir ja schon relativ viele Gegner kennengelernt, wie wir unten sehen können, ne? Ach ne, das sind generell... Ah, das ist alles und jeder. Gut. Und der Lord Mayor war dieser fette Sack. Alles klar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist da drin etwas? Nein, aber man konnte es zerstören. Hm, schade. So, so, so. Hier ist auch nichts. Aber da, aber da. Ich hab da was gesehen. Ein Container. Ein Container, ein Container, ein Container. Er damit. So, jetzt haben wir schon sieben. Und ich weiß grad nicht mehr unter welchen Umständen wir das aktivieren können. Müssen wir da hin? Nein. Gut. Aufgenehmt. Blablabla. Irgendwas am Prabbeln, was ich nicht genau verstehen kann. Schauen wir... Nein, nein, nein. Falscher Knopf. Zent. Wir sollen da hoch. Gut. Dann schaue ich mich erstmal hier um. Da liegt eine einzelne Person. Und... Was soll das nochmal? Ein Behältnis für Mannertrank. Sehr schön. Ja, ja. Warum... Ein Geist. Okay. So spreche es mit uns. Rede. Frei heraus. Wie ist das passiert? Das ist das? Ich schaue, schaue mich und wenn ich bin, bin ich verletzt bin. Und ich war ein Kumpel. Das ist ein Flock, oder ein Gaggle? Nein, das ist ein Geese. Regardless, seit wann die Gäste in den Paxen gehen? Es gab so viele von ihnen. Ich habe und ich habe, aber es gab nur ein Blur von weißen Fädern, überall. Piece bei piece, peck bei peck. Die Geese haben weggebracht, sogar in der Tod. Ich kann trotzdem hören, dass sie kackling. Sie kackling, kackling. Was auch immer du machst, schau die Gäste. Hört sich nicht unbedingt so nett an, aber warum zur Hölle Hühner? Ich glaube nicht, dass das nur Hühner waren. Wo bist du? Ich höre dich. Ich sehe dich. Geck, 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 geck. Meine Güte, wieder einfach keinen Schaden im Tier. Sei mal langsam. Oh, oh. Danke, Spiel. Warum auch immer das Spiel ist gerade langsam gelaufen. Wie ist es? Und... Last hit! Das waren drei. Das war bestimmt Rüstung durchstrennen oder so, ne? Irgendwie verliehe ich gerade relativ oft die Übersicht. Kannst du mal aufhören, dich dazwischenzustellen? Mensch. Kedok. Blöde Sau. Ich kann selbst auf mich aufpassen. So, und wir brauchen langsam mal wieder Pfeile. Können wir das Schwert eigentlich mit dir wechseln? Na, nur wenn Schwerter da sind, ne? Sieht gerade nicht danach aus. So, was haben wir hier? Da sollen wir nicht lang, dann schauen wir hier erstmal. Ah. Ein Labyrinth. Ein Maisfeld, ein Maisfeld. Was auch immer das mit Hühnern zu tun. Achso, du nimmst das alles. Wieso sieht das aus, als wenn der da sterben würde? Oder ist er einfach nur verrückt? Der hat einfach einen an der Waffe. Wie ihr auch hören könnt. So. Ich frag mich, was hier durchgelaufen ist. Das scheint etwas breiter gewesen zu sein. Ja, ist gut, was du da machst. Das gefällt mir. Zack, zack, zack. Nein. Zwei Hits und ich war weg. Wir sind sie nicht weg. Ein Labyrinth. Ich bin der Labyrinth. Das war wunderbar. ausgewiesen und haben danach wieder zweimal Schaden kassiert. Ja. Oh Mann. Wieso kacke ich gerade so oft darf? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Weißt du? Das ist echt scheiße, Kollege. Mann. Wieso geht dem das sowas von einem Arsch vorbei? Verdammt. We do seem to go through shields, don't we? Och komm schon. So. Das ist auch schon mal was. So. Ein neuer Schild wäre nicht schlecht. Ach so. Die verschwinden einfach. Da war ja was. Ein Schild. Ein schöner, starker Schild. Au. 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 Schön. Sonst gibt's hier leider nichts Tolles mehr. Und kann ich das zerhacken? Nein. Kann ich leider nicht. Es geht leider nicht. Es geht nicht! So. Dann sieht aber aus, als wäre etwas in diese Richtung gestürmt. Also. Ja. Sieht ganz so noch aus, ne? Bäm. Wieso habe ich durch den durchgeschossen? La 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 la. Ach. Verdammt. Und. Nochmal. Und. Nochmal. Bist du tot? Ne. Doch nicht. Warum lebst du noch? Das ist uncool. Aua. Aua. Der hält definitiv so viel aus. Und meine Pfeile gehen an dem kaputt. Sie zerbrechen einfach an seinen Schild. Schild. Lecker. Nö. Wie wäre es, wenn wir dich gleich mal aufessen? Hier. In die Nüsse. Sehr schön. Hm. Das Schild ist so gut wie im Sack, das nehme ich nicht mit. So. Aber wir sind hier auf dem richtigen Weg. Ha. Was ist das? Ein Schild. Ach wie süß. Ach wie süß. Ach wie süß. Ach wie süß. Und hier geht's weiter. 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 Mich regt das immer noch auf mit den Runen. Verdammt. Uns hat nur eine Rune gefehlt. Wo auch immer diese war. Zack. Acht. Ah. Konnten wir das vielleicht an diesen Orten machen? Speichern. Und unsere Fähigkeiten verbessern. Ja. Ja. Da war ja was gewesen. Ah, sehr schön. Okay. 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 Improved Pirate Blast. Das arrow does even more damage. Okay, das macht dann mehr Schaden. Das ist auch cool. Damit verlangsamen wir dann mehrere Gegner. Was ist das? Oh, ich bin eigentlich schon stark dafür, dass wir hier erstmal... Ach so, das ist ein anderer. Okay. Okay. Also nicht nur ein reiner Buff. Wie viel haben wir denn? Wir haben noch fünf. Ja. Ist an sich ganz gut. Tada. So. Okay. Können wir dir noch irgendwas Gutes tun mit den... Oh, acht. Schön. Wind of Wrath. So. Dann nimmst du das mal da drauf. Sehr schön. Und dann verbrechen. Ne. Das war schon... Das war schon richtig. Das war schon... Richtig. So. Das da hin. Das da hin. Und das da hin. So. Dann haben wir für dich noch einen frei. Hm. Und... Dadadadat. So. So. Das ist jetzt alles sehr schön. Äh, linker Shift ist da. Irgendwie benutze ich davon gar nichts. Und bei dir... Ssss... Sieht das auch nicht so aus, ne? Okay. Gehen wir erstmal nicht auf Magie. Gehen wir erstmal nur auf physischen Schaden. La. Yay. Wunderbar. Und ich denke... Jetzt können wir erstmal auch hier bei ihr bleiben. Auch wenn wir gerade keinen Mana haben oder so. Aber das ist ja auch egal. Wer braucht das schon, ne? Gehen wir aus der Sonne. Oho. So. So, so, so. Wir könnten den Charakter wechseln. Was ich aber nicht vorhabe. Nein. So. Wasser. Okay. Da geht's nicht weiter. Die Umgebung ist eigentlich auch schon richtig gut gemacht. Aber das sieht... ...irgendwie komisch aus. Das sieht eigentlich schon nicht so aus, als wenn da Wasser drüber fließt. Aber das sieht aus. ... Vielen Dank.